Ich grüße euch meine Freunde des Antitos und willkommen zurück auf der, was soll ich sagen, keine Ahnung, Erotik, Dead by Daylight, Insel, ich weiß noch nicht genau, wie wir die Insel nennen sollen, aber mir fällt da noch was ein auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier mit der Jägerin unterwegs zu einem verlassenen Gebäude und wir hatten hier das letzte Mal aufgehört, genau, die Jägerin war ein bisschen darüber enttäuscht, dass wir irgendwie doch kein Vampir sind. Ja, komische Reaktion, aber ist so. Gut, wir machen einfach weiter da, wo wir jetzt mal aufgehört haben und sehen mal, was so passiert. Die Jägerin, komm rein und schau es dir an. Ich muss mal meinen Cursor so ein bisschen weg verschwinden lassen, so. Jo, die wohnt einfach hier, oder was sieht denn das hier aus? Du folgst dir hinein. Die Hütte ist unheimlich baufällig und entspricht sie definitiv nicht dem, was sich gehört, aber sie hat einen gewissen heimeligen Charme. Ja, da muss ich sagen, also ist auch top eingerichtet hier. Du bist eine richtige Dekorateurin. Sie errötet, aber das ist nicht in der Tat. Ich muss mich kurz wieder sammeln, ist schon eine Weile her, dass wir Hooked on You gespielt haben. Sie errötet, aber das ist sie in der Tat. Ein Kronleuchter aus Knochen hängt grazil von der Decke. Von der Decke. Der Diele und eine Sammlung von Schmuckstücken säumt den Kamin-Sims. Irgendetwas sagt dir, dass die Menschen, denen diese Dinge einst gehörten, nicht mehr in dieser Welt weilen. Könntest du das nächste Opfer der Jägerin sein? Der Gedanke breitet dir einen irren Nervenkitzel. Hey, sie sieht dich wieder an. Was hältst du von meiner Sammlung? Ich bin eher ein Minimalist. Ich könnte mich daran gewöhnen, das ist so viel. Also ich bin eher so viel, das ist so viel. Das wäre auch eine Antwort, die würde ich in Real Life geben. Dann nehme ich das also. Bist du ein Messi? Warum brauchst du so viele Uhren und Regenschirme? Ist das die Lesebrille von jemandem? Wahrscheinlich vermisst er sie. Und Schlüssel? Meine Güte, die Schlüssel. Das ist ja alles ein bisschen viel, findest du nicht? Die Jägerin strahlt. Sie ist begeistert. Dass du weißt, wie all diese seltsamen Dinger heiß sind. What the heck? Ich will unbedingt wissen, warum die Menschen so viele seltsame Accessoires mit sich herum tragen. Es ist ein bisschen viel. Was bedeutet das? Ich habe genug zum Teilen. Hier, nimm das. Ein Totenkopfschlüssel. Sie gibt dir einen ihrer wertvollen, glänzenden Gegenstände, den du behalten darfst. Keiner will darüber reden, dass die Jägerin nicht weiß, was ein Schlüssel ist, aber das Wort Accessoire kennt. Okay, also machen wir weiter. Ich kann es kaum erwarten, mit dir auf Schatzsuche zu gehen. Wir könnten auf der Insel noch so viele tolle Sachen finden. Aber zuerst mal, was hältst du von den anderen Killern auf der Insel? Ich meine, der Trickster ist ziemlich abgefahren, aber alle anderen scheinen interessante Lebensgeschichten zu haben und so. Nun, ein bisschen Klatsch und Tratsch, hm? Worauf spielst du an, Kammerer? Jägerin überlegt einen Moment lang. Scheint zwei Modi zu beherrschen, nachdenklich und explosiv. Du hoffst, dass du nie in ihrer Nähe bist, wenn der Explosive-Modus losbricht. Warum? Bist du eifersüchtig? Bevor du antworten kannst, beginnt das Haus zu wackeln. Jägerin verliert das Gleichgewicht auf dem von Termiten befallenen Boden und fällt in deine Arme. Du bist ganz und gar nicht sauer darüber, aber bevor du Zeit hast, diesen Moment zu genießen. Ja, Killerkram. Perfekt. Oh nein! Ein Angriff, eine Horde Killerkramen dringt durch die Ritzen der Bauch. Wir liegen Hütter ein. Sie stürzen sich in Schwärmen auf dich und Jägerin und klicken mit ihren Rasiermesser scharfen Scheren. Du musst schnell handeln. Was wirst du tun? Ja, ich glaube, ich würde es dann... Wir schmeißen uns todesmutig zwischen die Jägerin und den Krabben. Du stellst dich vor die Jägerin und schirmst sie mit deinem Körper gegen die ihn anschauen der Krabben ab. Ich rette dich, Jägerin. Oh, die Jägerin kann auf sich selbst aufpassen. Das ist ihr volles Programm. Hast du nicht aufgepasst? Hey, heb mir etwas Spaß auf. Jägerin steht direkt zwischen dir und den Krabben und scheucht dich weg, bevor sie eine Krabbenschale nach der anderen aufschlitzt, wie dein Onkel bei einem All-You-Can-Eat-Meeresfrüchte-Buffet. Jägerin setzt sich auf das Weidensofa und fängt an, die Eingeweide von ihrem Ball zu wischen. Das ist eine obligatorische Szene für jeden Killer. Du bist nur froh, dass das Zeug nicht von dir... Was? Du bist nur froh, dass das Zeug nicht von dir stammt, was sie da abwischt. Achso. Sieht aus, als gäbe es Krabben zum Abendessen. Sie lächelt nicht über deinen Scherz. Sie hat wieder diesen nachdenklichen Gesichtsausdruck. Du setzt dich zu ihr auf die Couch. Mann, manchmal bringen mich diese Nahtoderfahrungen wirklich dazu, darüber nachzudenken, was ich im Leben will. Ich glaube, ich möchte eines Tages eine Familie gründen. Wie sieht es bei dir aus? Na, wenn ihr mal die Mitte. Vielleicht eines Tages mit der richtigen Person. Genau. Vielleicht eines Tages mit der richtigen Person. Ich meine, es ist eine lebenswährende Entscheidung. Du musst sicherstellen, dass sie richtig ist. Die Jägerin lächelt schüchtern. Eine gute Antwort. Man weiß nie, was für verrückte es da draußen gibt. Sehr gut. Wie warst du denn als Kind? Du versuchst dir diese Riesen als kleines Kind... Riesen? Was ist das für ein Wort? Versuchst dir diese Riesen als kleines Kind in einem Mantel vorzustellen, das im Wald herumläuft. Die Jägerin kichert. Ihr Lachen ist süß und sanft. Ich war so unschuldig. Wir jagten, um zu überleben. Gingen dann zurück in die Hütte und Mutter erzählte mir Geschichten. Wir tranken Tee und stellten uns ein Leben weit weg von den Wäldern vor. An einem Ort wie diesem. Ich nehme an, ich habe endlich erreicht, was ich immer von mir wollte. Aber seit ich hier bin, fühlt sich etwas anders an. Es ist schön und warm und alle sind so attraktiv. Es gibt jede Menge Ablenkung. Oh. Aber hast du nicht das Gefühl, dass etwas hinter uns her ist? Oh nein. Sie ist dir auf der Spur. Aber es will sich von dir. Ihre Erinnerungen schwirren durch deinen Kopf. Albträume, Visionen von einer dunklen Wolke, Claudette... Claudette, Claudette und Dwight ausdruckslosen Starren, was auf eine Art Hypnose hindeuten könnte. Schnell betätige, schnell bestätige ihre Theorie oder versuche sie abzuwehren. Na gut, wir haben den Ozean und der Erzähler ist auch so ein bisschen creepy. Aber sind die hinten... Ne, ich glaube nicht. Nicht wirklich. Was? Ich finde das überhaupt nicht. Das ist alles perfekt und ich weiß nichts. Nichts ist okay. Gut gemacht. Ich möchte nicht, dass die Mission, auf der du bist, in die Hose geht. Vielleicht hast du sie noch nicht täuschen können. Die Jägerin sieht dich mit einem misstrauischen Blick an. Der Neuankömmling protestiert... Was? Protestiert zu viel. Der Druck von einer skupellosen Riesin, mit einem Ball angestarrt zu werden, wird dir erspart. Claudette und Dwight platzen da rein und überbrechen dich. Wir haben Dramatisches zu verkünden. Aber das muss wieder am Strand passieren. Wow. Du kommst an den Strand und merkst, dass du reingelegt wurdest. Es gibt also doch keine große Verkündung. Was wir hier haben, ist eine gute alte Rivalität. Es ist wahr. Genau. Wie die Stimme, die wir nicht hören können und auf die wir uns sicher nicht beziehen, sagt, Wir wurden von einem anderen Killer gezwungen, euer schönes Date zu unterbrechen. Er ist hier und bereit, dir einen Antrag zu machen, den du nicht ablehnen kannst. Der Fallensteller, er geht mir eigentlich so auf den Keks, muss ich sagen. Der Funchler raucht aus dem Wasser auf, in Zeitlupe. Er ist der pure Durst. Er ist Paul Newman. Auf dem Pferd, da ist Denzel auf dem Cover der, wie spricht man, G-A-G-Q. Männlichsten Männlichkeit frisch zum Leben erweckt. Keine Ahnung. Er hat die ganze Zeit die Luft angehalten und auf sein Stichwort gewahrt. Das ist echt eine Leistung, wenn ich das mal sagen darf. Ich habe gehört, dass du den Tag in einer urigen Hütte verbracht hast. Das ist niedlich. Wie wäre es mit einem malerischen Herrenhaus oder noch besser, wie wäre es mit einem auf dem Kontinent? Ja, ich schließe die Antarktis mit ein. Ich bin nämlich wirklich so richtig reich. Stell dir vor, wie gemütlich es, wie gemütlich wäre, wie er es in einem verschneiten Schloss mit 10 Schlafzimmern haben können. Was zählst du von einem dieser Pools, die halb drin und halb draußen aber immer schön warm sind? Er flexert mit seinen Mannis. Auf diese Weise kannst du draußen eine Eisbärenmutter töten. Alles klar. Und dann von innen zusehen, wie ihre Jungen über ihre Leistung. Was geht mit dir ab? Wow, der Fallensteller ist sowas von cool und mit cool meine ich eigentlich ab und tief böse. Und du willst wirklich für den Rest des Lebens auf die Jagd nach etwas zum Essen gehen? Bei mir bekommst du beides. Wildheit und jemanden, der dir hinterherräumt. Hört sich doch gut an, nicht wahr? Ich habe einfach keinen Bock auf den Fallensteller, Leute. Es ist einfach so. Also nehmen wir die erste Antwort. Uff, als ob. Dieses Leben ist nichts für mich, Bro. Ich bin sehr beeindruckt, dass du mit Anführungszeichen sprechen kannst. Sehr cool. Dieser Typ ist ein totaler Idiot. Er hat es so sehr versucht. Er ist wie die Pacific Northwest Version eines Wall Street Bros. aus der Jahrhundertwende. Vertrau mir, das spürt man. Patrick Bait, ja doch, Bait, Baitman mit einem riesigen Komplex. Du würdest nicht mal mit ihm mitgehen, wenn er dich mit einem Ball bedrohen würde. Ach du Scheiße, das tut er. Danke, aber nein, danke. Danke, aber nein, danke. Ich stehe auf einen ruhigeren Lebensstil. Ich genieße meine Unabhängigkeit und brauche niemanden, der mir den Hintern abrischt. Du rennst zurück in die riesigen Arme der Jägerin. Sie umarmt dich fest, so fest, dass du glaubst. Du spürst für einen Moment, wie das Leben aus deinem Körper weicht. Aber dieser Schmerz ist wunderschön. Weißt du was? Ich bin beeindruckt, dass du mir die Stirn geboten hast. Ich weiß es zu schätzen, dass mir jemand seine ehrliche Meinung sagt. Auch wenn ich dir am liebsten die Leber rausreißen würde. Und die Bemerkung mit dem Hintern abwischen, das habe ich mit Hinterherräumen nicht gemeint. Aber ich stelle jemanden ein, der das für mich erledigt, sobald ich nach Hause komme. Der Fanschler verschwindet und du drehst dich zur Jägerin um. Während er in Zeitlupe zurück ins Wasser geht, das ist ziemlich seltsam, will er einfach die ganze Nacht da drin bleiben. Und hiermit beende ich diese Folge, weil ich sehe schon wieder auf meiner kleinen Uhr hier, dass wir die Minutenanzahl wieder vollgekriegt haben für eine Folge. Deswegen machen wir in der nächsten Folge genau hier weiter. Dann gehen wir hoffentlich wieder mit der Jägerin mit und schauen mal, was so weiterhin passiert. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, dann Daumen nach oben, denn Däumchen ist Träumchen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann wieder auf ein Date gehen mit der Jägerin. Bis dennne und ciao! Bis dennne und ciao!